Hallo und herzlich willkommen zur heutigen LBBW Webkonferenz. Mein Name ist Michael Köhler. Ich bin Analyst im Bereich Strategy und Makro und ich freue mich sehr, Sie heute durch diese Konferenz zu führen. Wie immer haben wir einen bunten Strauß an Themen für Sie vorbereitet. Einen Überblick zu dem, was wir heute mit Ihnen vorhaben, finden Sie direkt auf der Seite 2 unserer Präsentation. Angesichts der jüngsten Entwicklung der Neuinfektionszahlen kommen wir um das Thema Corona natürlich nach wie vor nicht drumherum. Dazu wird der Kollege Martin Güth gleich unsere aktuelle Einschätzung abgeben und insbesondere wird er sich mit der Frage beschäftigen, die wir auch auf unser Update auf die Titelseite geschrieben haben, nämlich die Frage, ob uns die vierte Welle doch noch zu umfangreichen Einschränkungen zwingt. Im Anschluss folgt ein weiterer Dauerbrenner, nämlich das Thema Inflation. Der Kollege Dr. Jens-Oliver Niklasch wird dabei auf die aktuellen Preissteigerungen eingehen, die ja mehr und mehr historische Dimensionen erreichen und der wird natürlich auch die weiteren Perspektiven beleuchten. Und im dritten Block werde ich mich dann noch einmal zu Wort melden. Ich möchte Ihnen dann noch die Kernbotschaften unseres am Freitag veröffentlichten Credit Outlooks 2022 präsentieren. Bevor wir allerdings dazu kommen, starten wir wie gewohnt mit dem Thema Covid-19 und hierzu übergebe ich das Wort nun an meinen Kollegen Martin Güth. Vielen Dank Michael und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ja, starten wir mit dem unangenehmen Thema. Die vierte Welle türmt sich auf. Das ist nichts Neues. Die spannende Frage für Wirtschaft und Finanzmärkte ist natürlich dann vor allem, ja, was machen wir jetzt damit? Aber ja, schauen wir uns erst doch noch mal kurz die Zahlen an, gehen auf die Seite 4. Wir sehen nach wie vor sehr, sehr massiv steigende Inzidenzen in Österreich, den Niederlanden, Belgien und auch in Deutschland geht es nach wie vor recht steil nach oben. Und ja, auch in Ländern, die sich bislang relativ stabil gezeigt haben, wie Spanien oder auch Schweden, ist jetzt mehr und mehr doch auch ein gewisser Anstieg zu verzeichnen. Das heißt, ja, diese Corona-Problematik kommt jetzt dann doch auch zunehmend im gesamten Euro-Raum an. Die Staaten reagieren mit Maßnahmen, gerade die massiv betroffenen Staaten wie die Niederlande haben jetzt beschlossen, dass Gaststätten und Bars beispielsweise um 20 Uhr jetzt schließen müssen. Andere Geschäfte bereits um 18 Uhr. Größere Veranstaltungen werden dort verboten. In Österreich gilt es ja schon seit einigen Tagen 3G am Arbeitsplatz und jetzt dann auch Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Das heißt, da sind zunehmend jetzt dann auch wirklich harsche Maßnahmen, die da ergriffen werden. Wir wollen nicht den Blick verlieren, auch auf andere Teile der Welt außerhalb des Euro-Raums. Gehen wir auf die Seite 5. Da sehen wir zum einen für Großbritannien eine insgesamt noch relativ stabile Entwicklung. Ganz am aktuellen Rand jetzt ein kleiner Haken nach oben. Nichtsdestotrotz scheint die britische Strategie da bislang durchaus aufzugehen. Und so schätzt es auch die britische Wissenschaft offenbar mehr und mehr ein, dass Großbritannien da um Lockdown-Maßnahmen in diesem Winter dann auch herumkommen wird. Für die USA ist die Situation noch recht offen aus unserer Sicht. Der Abwärtstrend ist gestoppt, ist jetzt in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Ja, man muss sagen, die positive Nachricht ist sicherlich, zur gleichen Zeit im vergangenen Jahr hatten wir damals schon einen ansteigenden Trend gesehen bei den Neuinfektionszahlen. Den sehen wir bislang nicht. Das macht ein Stück weit Hoffnung. Andererseits fällt es uns durchaus schwer zu glauben, dass Europa jetzt so sehr von dieser Saisonalität der Infektionswelle getroffen wird und das an den USA komplett vorbeigehen würde. Und insofern rechnen wir nach wie vor damit, dass auch die USA da perspektivisch nochmal einen neuen Anstieg der Infektionszahlen sehen werden. Auf Seite 6 möchten wir den Blick nochmal auf zwei andere Länder wenden. Vietnam und China sind insbesondere in Bezug auf die globalen Lieferketten ja von besonderer Bedeutung. Das hatten wir in den vergangenen Ausgaben des Kapitalmarkkommers schon mal beleuchtet. Und unerfreulicherweise zeichnet sich in Vietnam jetzt hier ein neuer Anstieg an, ab. Bei den Neuinfektionszahlen. Das ist sicherlich eine beunruhigende Entwicklung, die es da im Auge zu behalten gilt. Für China kann man sagen, ja, wir haben keinen massiven Anstieg, aber doch immer wieder so ein latentes Flackern von Infektionsherden. Das heißt, hier ist die Situation nicht dramatisch, aber sie ist auch nicht beruhigend. Gut, kommen wir zurück zu Deutschland. Das Thema Impfen ist nach wie vor in aller Munde und es ist ja mehr und mehr davon zu lesen, dass jetzt also die Impftätigkeit wieder deutlich zugenommen hat. Das ist sicherlich richtig. Auf Seite 7 sehen wir die Daten zu Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Auffrischimpfungen. Und was dabei eben festzuhalten ist, ist, dass insbesondere diese Auffrischimpfungen deutlich zugelegt haben. Die Hoffnung, dass jetzt zum Winter hin mit schärferen Maßnahmen noch deutlich mehr Ungeimpfte sich nun also doch impfen lassen, scheint sich nach wie vor nicht so sehr zu bestätigen. Auch wenn jetzt die Zahl der täglichen Impfungen von rund 30.000 von vor zwei Wochen jetzt auf 40.000 pro Tag gestiegen ist. Aber im historischen Vergleich muss man sagen, ist das immer noch recht überschaubar. Das heißt, wir haben nach wie vor nicht so sehr die Hoffnung, dass von noch weiter stattfindenden Impfungen uns da deutliche Entlastung bevorstehen würde. Mit Blick auf, ja, ich sag mal, die Dramatik der Situation, auf Seite 8 haben wir noch mal mitgebracht, eine andere Darstellung bezüglich der Situation auf den Intensivstationen. Ja, dargestellt ist die Zahl der Intensivstationen, die melden, dass sie entweder im regulären Betrieb sind, die dunkle Linie, oder dass sie im eingeschränkten Betrieb, eingeschränkt aufgrund von beispielsweise Personalmangel, Raumsituation oder Materialknappheit. Und obwohl die Zahl der Intensivpatienten noch nicht auf früheren Höchstständen angekommen ist, müssen wir hier feststellen, dass wir doch hier jetzt auch einen Rekordstand schon wieder haben bei den Intensivstationen, die nur noch im eingeschränkten Betrieb arbeiten können. Und ja, das ist ein weiterer Punkt, der die Dringlichkeit des Handelns verdeutlicht. Seite 9, wir haben es groß tituliert, die Zeit drängt. RKI-Chef Wieler sagte, es sei bereits 5 nach 12. Die Problematik daran ist, wenn man nicht mehr viel Zeit hat, dann muss wirklich der erste Wurf sitzen. Groß nachjustieren wird schwierig. Und das spricht leider für sich genommen dann für eher harsche Maßnahmen, die dann jetzt ergriffen werden. Welche werden das sein? Auf Seite 10 haben wir eine gewisse Auswahl dargestellt, wobei wir alle mit Fragezeichen hinterlegt haben. Ich will an dieser Stelle gar nicht so sehr darüber jetzt noch mutmaßen, was dann beschlossen wird, weil übermorgen am Donnerstag findet zum einen die nächste Bund-Länder-Konferenz statt und zum zweiten soll dann die Novelle zum Infektionsschutzgesetz durch den Bundestag gehen. Und das heißt, übermorgen wissen wir dann ohnehin schon mehr. Nichtsdestotrotz möchte ich auf die einzelnen zur Diskussion stehenden Maßnahmen noch kurz eingehen. Thema Arbeitsplatz, Homeoffice wird offenbar wieder zum Thema aus unserer Sicht sicherlich sinnvoll. Auch 3G am Arbeitsplatz ist da sehr stark im Gespräch. Das ist noch eine der unkritischeren Maßnahmen aus unserer Sicht. Heikler wird es jetzt mit Blick auf Einzelhandel, öffentlicher Nah- und Fernverkehr. Ja, in Baden-Württemberg sind wir jetzt soweit, dass vermutlich, dass ab morgen offenbar dann die Alarmstufe erreicht ist. Das heißt, Einzelhandel ist dann nur noch mit 3G möglich, also zumindest für Geschäfte, die nicht Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen. Und ja, mit Blick auf Bundessicht hat der Einzelhandelsverband HDE schon mal gewarnt, dass auch wenn die Geschäfte dann natürlich offen blieben, so eine Pflicht durchaus Auswirkungen auf die Geschäfte und die Händler hätte. Auch für Gastronomie, Bars, Clubs und Kultur stellt sich die Frage nach 2G, nach 3G, nach möglicherweise Beschränkungen der Öffnungszeiten oder der Kapazitätsauslastung, wobei das für Deutschland jetzt noch nicht so sehr geplant ist, aber die Niederlande, wie erwähnt, sind hier schon vorangegangen. Große Veranstaltungen bleiben sicherlich ein sehr intensiv diskutiertes Thema. Gerade heute kam die Meldung, dass die Stadt München ihren Weihnachtsmarkt abgesagt hat. Das heißt, auch von der Seite drohen da gewisse wirtschaftliche Belastungen. Und ja, ganz generell Natur sind einfach die Kontaktbeschränkungen, beziehungsweise das ja dann doch erfahrungsgemäß zunehmend ausbreitende Verhalten der Menschen, dass sie sich einfach selbstständig zurücknehmen, angesichts des Risikos, sich irgendwo anzustecken. Und insofern unser Fazit, ja, ein Lockdown wird aller Voraussicht nach vermieden. Aber nichtsdestotrotz wird das Ganze nicht ohne Belastung für die Wirtschaft vonstatten gehen. Und ja, im Einzelfall können die durchaus dann doch auch mal nennenswert dann sein. Soweit zu Corona. Ich gebe weiter an meinen Kollegen Dr. Jens Oliver-Nichter. Ja, hallo. Schönen guten Tag und guten Spot auch von meiner Seite. Täglich oder monatlich grüßt das Wurmel hier, könnte man sagen, mit Blick auf Corona jetzt schon ein Dreivierteljahr. Und wenn man sich die Inflation anschaut, noch nicht ganz so lange, ein halbes Jahr vielleicht. Aber was man doch sagen muss, wir haben inzwischen im Prinzip Inflation auch als feste Rubrik. Wenn man sich das mal anschaut auf der Seite 12, sozusagen zur Auffrischung, jetzt an sich nicht viel Neues, aber man sieht hier, wie deutlich das seit Jahresbeginn und vor allem seit dem zweiten Halbjahr nach oben gegangen ist im Euro-Raum. Und Hauptpreistreiber sind die Energiepreise. Und im Prinzip hätte das sogar noch schlimmer ausfallen können. In Spanien hatten wir zum Beispiel eine temporäre Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie von 21 auf 10 %. Das liegt daran, dass in Spanien die Strompreise viel schneller reagieren auf Veränderungen der Rohstoffpreise, in dem Fall speziell Veränderungen der Erdgaspreise. Und in Frankreich hatten wir jetzt zwar keine Veränderung der Inflationsrate, aber da hatten wir diese Einmalzahlung an einkommensschwache Haushalte oder vielleicht werden die auch noch ausgezahlt, aber jeder soll 100 Euro bekommen, jeder Haushalt mit einem Einkommen von unter 2.000 Euro. Also es kommt einiges zusammen. Und wenn man mal kurz schließt, das Ganze mit dem Plan, die CO2-Abgaben zu verteuern, um den CO2-Ausstoß zu verringern, man sieht auch sehr schnell, man kommt damit an die Grenzen, wenn Energiepreise wirklich innerhalb kurzer Zeit recht stark ansteigen, und dann haben wir sofort Debatten, was die Verteilungsberechtigkeit oder was überhaupt die Tragfähigkeit solcher Preise insbesondere für einkommensschwächere Haushalte angeht. Wenn man sich mal die Seite 13 anschaut in Deutschland, ähnliches Bild, aber etwas anders hier in den Untergruppen, aufgrund der Mehrwertsteueranhebung in Deutschland verteilt sich das sozusagen gleichmäßiger auf die verschiedenen Warengruppen, der Anstieg und das absolute Niveau ist dafür dann auch höher als im Euro-Raum. Hier vielleicht vorausschauend, wir haben ja ab 01.01.2022 eine Reihe von Effekten, also das bekannteste ist sicher der Wegfall dieses Mehrwertsteuereffekts, weil die Mehrwertsteuer sozusagen dann hier und hier sich um 0% verändert hat. Das bringt alles in allem vielleicht so grob um die 1,5% Punkte. Dazu haben wir noch die CO2-Abgabe, die ja Anfang dieses Jahres eingeführt wurde. Die soll auch planmäßig im nächsten Jahr erhöht werden. Das ist zumindest bislang Gesetz. Die Frage ist, ob das zum Beispiel noch mal verschärft wird, aber noch laufen die Koalitionsverhandlungen. Ja, und bei dem aktuellen Stand würde das um 0,1% die Inflationsrate erhöhen. Also 0,5% Punkte fallen da sozusagen weg. 0,1% kommt dazu. Alles in allem müsste dann die Inflationsrate zu Beginn des kommenden Jahres relativ zügig um 2% Punkte auf etwa 3% fallen, weil wir bis Jahresende so an die 5% rankommen, aber diese Marke vielleicht knapp verfehlen werden, wobei auch das natürlich nicht sicher ist. Wir haben ja heute gesehen, wie die Erdgaspreise reagiert haben, nachdem die Zertifizierung der Nord Stream 2 Pipeline ausgesetzt wurde. Also da ist sehr viel Musik drin in den Energiemärkten, auch in anderen Rohstoffmärkten natürlich. Und auch diese Woche gab es ja die Financial Week oder läuft noch in Frankfurt. Und auf der Auftaktveranstaltung warnte der Chef einer großen deutschen Bank vor länger anhaltender Inflation. Das fand ein großes Medienecho. Ja, woher kommt jetzt die Weisheit? Wenn man sich mal Seite 14 anschaut, ist jetzt vielleicht nicht so ein großes Geheimnis. Der Preisdruck auf den vorgelagerten Stufen ist sehr hoch. Und hier kommen wir wirklich in historische Dimensionen. Das klang ja schon mal an. Wir haben sowieso Verbraucherpreise, die so hoch sind, wie seit kurz nach der Wiedervereinigung nicht mehr. Und wir haben zum Teil im Bereich der Importpreise, müssen wir sogar noch ein Stück weiter zurück bis Anfang der 80er Jahre. Also bis zum zweiten Ölpreisschock sozusagen. Und nächste Woche kommen die Erzeugerpreise für Deutschland, die kommen jetzt am Mittwoch. Und wenn das Modell recht hat, da kommen wir dann über die Marken von 15 Prozent. Und das wäre dann sogar eine Größenordnung, die wir seit 1951 nicht mehr gesehen haben. Also da muss man zurückgehen sozusagen in die Zeit von Fritz Walter und den schwarz-weiß-Tonschauen im Kino. Eigentlich eine Zeit, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Aber das wäre tatsächlich dann eine historisch zu nennende Dimension. Und auch hier sind natürlich Energiepreise der Preisreiber. Das heißt, wir haben letzten Endes auf den Stufen, den vorgelagerten, überall eine Menge Druck, eine Menge Kostendruck in der Pipeline. Da ist natürlich der Verdacht naheliegend, dass das weitergegeben wird. Am Ende auf die Verbraucherpreise bis zu einer gewissen Größenordnung wird das auch passieren. Aber seit Anfang an dieser Debatte haben eigentlich alle Ökonomien darauf hingewiesen, dass die Inflation dauerhaft nur steigt, wenn die Löhne entsprechend ansteigen und wir dann nachher so eine Lohnpreisspirale sehen. Es gibt vom Gewerkschaftsbund, das WSI, das Wirtschafts- und Sozialforschungsinstitut, so ungefähr, von der Hans-Böckler-Stiftung. Und da gibt es ein Tarifarchiv. Und wenn man das mal durchgeht, die Abschlüsse im laufenden Jahr, also seitdem sozusagen die Inflation bekanntermaßen steigt, alles andere war ja im letzten Jahr nach Vermutung. Die Abschlüsse liegen in einer Größenordnung von zwei bis drei Prozent, ganz oft noch mit einer Einmalzahlung als Corona-Prämie. Das sind dann so drei bis 600 Euro etwa in der Größenordnung. Und das ist jetzt unseres Erachtens eine Größenordnung, bei der man noch nicht von einer Lohnpreisspirale reden kann. Wir rechnen so mit einer Steigerung der Arbeitsproduktivität von etwa einem Prozent. Das ist ein guter Durchschnittswert der letzten zehn Jahre in etwa. Und wenn man das abzieht, also sagen wir zweieinhalb Prozent oder minus ein Prozent, dann hätte man Inflation in einer Größenordnung von 1,5 Prozent, die völlig vereinbar wäre mit der Entwicklung der Arbeitsproduktivität und der Entwicklung der Lohnkosten. Also das ist weit weg von den aktuellen Werten, wobei man natürlich sagen muss, this time is different. Also insofern vielleicht als diese Erfahrung, dass Energiepreisschocks eigentlich immer nur sehr kurz anhalten, dass wir also vielleicht mal einen sehr starken Anstieg der Rohölkreise haben. So war es in der Vergangenheit, das ist dann vielleicht nach einem Jahr wieder Geschichte. Und dann beruhigt sich die Sache, das muss nicht unbedingt gelten in der Welt der CO2-Verteuerung. Das könnte sein, dass wir hier eine Preisentwicklung haben, wo der CO2-Preis systematisch durch Steuern und Zertifikate ansteigt über mehrere Jahre. Und dazu haben wir natürlich noch eine ganz andere Energieversorgung. Wir wollen ja weg von den fossilen Brennstoffen und auch die EZB hat schon darauf hingewiesen, dass der Energiemarkt heute wesentlich komplizierter ist als in der Vergangenheit, wo eigentlich letzten Endes sehr viel immer am Ölkreis direkt hing. Also das heißt, vielleicht ist diese gängige Erzählung, die wir eigentlich bis hierhin auch unterstützen, ist die nicht unbedingt zutreffend. Das heißt, wir müssen vielleicht insgesamt viel stärker auf die Energiepreise in Zukunft achten. Ja, dann noch ein zweites Argument auf der Seite 15. Wie gesagt, der erwähnte Bankvorstand, der sagte, er führt viele Gespräche mit Kunden und die rechnen eigentlich mit steigender Inflation, das werden wahrscheinlich überwiegend Firmenkunden sein, vielleicht auch der eine oder andere institutionelle Investor. Und da sieht man, dass die Firmen, die ja regelmäßig befragt werden, im Euro-Raum, das Bild hier sieht mehr oder weniger so ähnlich aus für Deutschland, dass sie im Euro-Raum in der Gesamtheit ihre Preise anheben wollen, ihre Verkaufs- oder Absatzpreise. Und da gibt es schon einen merkbaren Unterschied bei den Vorleistungen. Also das ist ein sehr buntes Gemisch. Das können Dachlatten sein, aber das können auch Mikrochips sein und alles, was man sich dazwischen und davor und danach mal vorstellen kann. Da will jede zweite Firma die Preise anheben im Saldo. Also das hier ist der Saldo. Es könnte also durchaus sein, dass es auch Firmen gibt, die die Preise sogar senken wollen, aber dafür wollen dann andere Firmen wiederum die Preise anheben. Also im Saldo etwa jede zweite und bei den anderen Gütergruppen, Nahrungsmittel und Gebrauchsgüter, das ist natürlich das, was die privaten Haushalte am meisten interessiert. Da ist ungefähr jedes dritte Unternehmen. Also die Evidenz ist sehr stark, dass es einen anhaltenden Preisdruck gibt und deswegen rechnen wir und auch zunehmend andere Häuser und Marktbeobachter und auch übrigens die Europäische Zentralbank damit, dass zwar die Inflationsrate im kommenden Jahr fällt, aber eben nicht ganz so schnell, wie vielleicht noch vor drei Monaten allgemein erwartet. Ja, das ist auch im Markt nicht spurlos vorbeigegangen. Wenn man sich mal anschaut, auf der Seite 16, die Markterwartung, diese 5-year, 5-year inflation swap forwards, auf die die EZB ja oft hingewiesen hat, als Maßstab oder als Indikator für die mittelfristige Inflationserwartung am Markt, also die gehandelten Inflationserwartungen in fünf Jahren für die darauffolgenden fünf Jahre, die liegen ganz knapp nur unter zwei, waren sogar zwischendurch mal drüber. Und wenn man zurückschaut, waren die so Anfang des Jahres bei gerade mal 1,2, 1,3 Prozentpunkten. Da hat sich eine Menge getan. Und am aktuellen Rand sind auch die Markterwartungen für die 3-Monats-Euribor-Sätze deutlich gestiegen und die Termine Mitte und Ende nächsten Jahres haben hier sogar schon eine Zinserhöhung eingepreist. Die EZB hat in den letzten zwei Wochen sehr stark dagegen argumentiert, gestern ja auch nochmal lagart auf der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, in gewisser Weise auch erfolgreich die Markterwartungen für die Eurobar-Futures oder vielmehr die Eurobar-Futures, also daraus leiten sich implizit dann die Markterwartungen ab, die sind schon dann deutlich zurückgegangen. Das heißt, es wird weniger erwartet, aber es wird immer noch eine Zinserhöhung für der EZB ab Mitte nächsten Jahres ungefähr eingepreist. Wir denken nicht, dass die EZB das vorhat. Man kann es vielleicht auch nicht mit letzter Sicherheit ausschließen, aber so wie die EZB derzeit argumentiert und alles, was sie sagt und was sie veröffentlicht, deutet eigentlich in die Richtung, dass die EZB nicht daran denkt, dass sie sogar im Gegenteil dafür warnt, vor diesen Spekulationen auf eine Zinserhöhung im Euro-Raum ab Mitte nächsten Jahres. Ja, das ist aber eine dynamische Situation und ein Faktor, der sicherlich ganz entscheidend sein wird für die weitere Entwicklung der Inflationsrate über den reinen Energiepreiseffekt hinaus, also auch im nächsten Jahr und dann in der mittleren Frist, das schauen wir uns auf der Seite 17 an, das sind die Knappheiten. Wir wissen ja, Knappheiten spiegeln sich letzten Endes am Markt immer in Preisreaktionen wieder, dafür sind Preise ja eigentlich da und auch hier gibt es Umfragen, nicht nur die EU-Kommission fragt, also nicht nur nach den Verkaufspreiserwerfungen einmal im Monat, sie fragt auch einmal im Quartal nach limitierenden Faktoren für die Produktion. Hier auf der Abbildung, da ist ein kleiner Fehler, aber das ist nicht weiter schlimm. Im Service-Sektor-Bereich, da sind es Factors Limiting Business und in der Industrie Factors Limiting Production. Die Abbildungen selbst sind korrekt zugeordnet, alles andere stimmt auch, also das ist hier noch ein kleines Versehen, aber ganz interessant, bei den Dienstleistern, da sind es vor allem Arbeitskräfte, die knapp sind, während die Nachfrage, das war ja quasi Lockdown, erste Welle 2020, da fing es an, da war eher die Nachfrage das Problem, also schlicht, dass die Leute nicht mehr ins Restaurant, ins Fachgeschäft gegangen sind, dass vielleicht unternehmensnahe Dienstleistungen vorübergehend nicht nachgefragt wurden, aufgrund von Kurzarbeit, also das war damals ein Problem, und heute ist es eher die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, während alles andere, also insbesondere die Finanzierung, die Ausrüstung oder der verfügbare Raum im Dienstleistungssektor eher keine Rolle spielt, und wenn man sich die Industrie anschaut, dann haben wir hier ein etwas anderes Bild, da ist zwar am aktuellen Rand auch das Problem des Fachkräftemangels etwas virulenter, also jedes vierte Unternehmen gibt Arbeitskräftemangel an, aber jedes zweite Unternehmen, 50 Prozent, geben an Equipment, also das sind letzten Endes Materialengpässe, und Nachfragemangel, wo wir in der Spitze mal einen Wert von 50 hatten, also jedes zweite Unternehmen Nachfragemangel beklagte, das hat sich deutlich zurückgebildet unter einem Saldo von 20 Prozent gefallen, also Nachfrage ist da, das sehen wir zum Beispiel auch an den Auftragseingängen für Deutschland, aber hier hält die Materialknappheit an, und das ist eben das, was ich vorhin sagte, also wir haben vielleicht im Servicebereich, da müssen wir wahrscheinlich sehr stark auf die Lohnentwicklung achten, in der Industrie vielleicht auch ein bisschen, aber da könnte es durchaus sein, wenn diese Knappheiten länger anpassen, dass das ein eigenständiger Faktor, nachher dauerhaft eigenständiger Faktor in der Erklärung der Inflationsrate werden kann. Noch ist es, wie gesagt, nicht so weit, unser Bild weiterhin, wir sehen einen Rückgang der Inflation zu Beginn des kommenden Jahres, wenn auch eben die Inflation insbesondere im ersten Halbjahr voraussichtlich relativ deutlich über dem Inflationsziel der EZB verharren wird im Euro-Raum, so dass wir mit Sicherheit diese Diskussion noch eine Weile führen und dass wir Inflation immer wieder auch als eigenständiges Sonderthema in unseren Präsentationen vorstellen. Das wäre es soweit von meiner Seite und ich darf zurückgeben an Michael Köhler und den Credit Ausblick. Vielen Dank, Oliver. Kommen wir nun zum dritten Block unserer heutigen Webkonferenz, zum Credit Outlook 2022 beziehungsweise zu einer kleinen Auswahl an Folien von insgesamt 66, die wir am Freitag veröffentlicht haben. Die komplette Präsentation würde hier den Rahmen sprengen, aber zumindest die Kernbotschaften wollten wir hier präsentieren. Wir haben das Ganze überschrieben No Risk No Fun. Warum haben wir diese flapsige Überschrift gewählt? Nun, wenn wir auf der Seite 19 zunächst mal den Blick in den Rückspiegel werfen, dann sehen wir, dass No Risk No Fun auf jeden Fall für das Jahr 2021 galt, denn wenn wir uns hier den Total Return für die verschiedenen Fixed Income Klassen anschauen, dann sehen wir sehr klar, dass es in erster Linie die riskanteren Fixed Income Klassen waren, die den besten Total Return gebracht haben. Ganz rechts die High Yields, aber auch die Corporate Hybride, die Nachränge im Bankensektor. Das waren die, die im positiven Total Return Bereich gelandet sind, während die vermeintlich risikolosen Fixed Income Segmente wie die Bunds, die Covers, die Pfandbriefe, SSAs und so weiter deutlich im negativen Bereich Year-to-Date liegen. Mut zum Risiko wurde also 2021 belohnt. Jetzt wissen wir aber alle, dass Performance der Vergangenheit nicht immer ein guter Schätzer für die Zukunft ist. Trotzdem glauben wir, dass dieser Trend sich fortsetzen wird und ich möchte Ihnen auf den weiteren Folien ein paar Argumente dafür präsentieren. Schauen wir zunächst mal auf das Notenbankumfeld. Der Kollege Olli Niklas hat es ja beschrieben, die Inflationsrisiken nehmen zu. Gleichzeitig haben wir eine fortgesetzte konjunkturelle Erholung. Das ist insgesamt natürlich ein Umfeld, was die Notenbanken tendenziell unter Druck setzt. Die EZB dabei, wie wir gerade gehört haben, sicherlich noch nicht so stark wie die US-Notenbank, denn die FED hat ja bereits ein Tapering, also ein Zurückfahren der Anleihekäufe angekündigt. Das macht uns mit Blick auf die Credits aber gar nicht so viel Angst im Moment und den Grund für unseren Optimismus sehen Sie auf der Seite 20. Hier haben wir einen kleinen Rückblick auf das Jahr 2013 gemacht, auf das berühmte Taper Tantrum, als Bernanke damals unerwartet das Tapering im Mai 2013 ankündigte. Das hat ja damals hohe Wellen am Fixed-Income-Markt geschlagen, nicht nur in den USA, sondern wie wir hier sehen, auch beim Total Return der europäischen Fixed-Income-Märkte. Deutlicher Rückgang beim Total Return. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass dieser Rückgang nur ein paar Wochen anhielt und wir dann bereits relativ schnell eine deutliche Trendwende wieder gesehen haben, zumindest bei den riskanteren Fixed-Income-Segmenten. Denn hier hat sich dann die Sichtweise durchgesetzt, dass die positiven Effekte einer anziehenden Konjunktur, also steigende Gewinne, steigende Cashflow, sinkende Ausfallraten bei den Unternehmen, dass das die dominierenden Effekte sind. Und insofern, Sie sehen es hier, hat sich dann eine deutliche Performance-Schere geöffnet mit einem deutlich besseren Total Return in den riskanteren Asset-Klassen, während die Bunds hier lange Zeit noch bei einem negativen Total Return verharten. Ja, schauen wir nach der FED noch kurz auf die EZB. Die ist sicherlich noch ein bisschen weiter davon entfernt, ihre ultra-expansive Politik aufzugeben. Trotzdem naht auch hier sicherlich eine gewisse Trendwende. Zumindest ist das Umfeld nicht mehr so gestaltet, dass hier noch eine fortgesetzte Krisenpolitik, wie sie auf dem Hochpunkt der Pandemie gemacht werden musste, fortgesetzt werden wird. Dementsprechend gehen wir davon aus, dass zumindest mal das Notfallprogramm, das PEP, also das Pandemic Emergency Purchase Program, wie geplant Ende März 2022 auslaufen wird. Was allerdings natürlich weiterlaufen wird, das sind die regulären Kaufprogramme, nicht zuletzt das CSPP, also das Corporate Sector Purchase Program. Und insofern wird die EZB natürlich weiter Corporate Bonds kaufen, nicht mehr in dem Ausmaß wie auf dem Hochpunkt der Krise 2020 oder 2021. Aber Sie sehen es rechts in unserer Prognose. Wir gehen für das nächste Jahr immer noch von EZB-Käufen im Volumen von 50 Milliarden Euro an Corporate Bonds aus. Das ist weniger als in den beiden vergangenen Jahren, aber es ist in etwa das Niveau des Jahres 2018 und es ist immerhin etwa das Dreifache des Jahres 2019. Also man kann hier nach wie vor nicht davon reden, dass hier in irgendeiner Form Gegenwind von der EZB für die Corporates droht, sondern es ist allenfalls etwas weniger Rückenwind. Das Ganze trifft gleichzeitig auf eine Situation bei den Unternehmen, in denen sich die Unternehmen schon sehr deutlich von der Krise erholt haben. Das sehen wir besonders auf der Seite 22 mit Blick auf die Gewinnerwartungen. Wir haben hier den Vergleich mit der Finanzkrise angestellt. Finanzkrise ist die grüne Linie, aktueller Zyklus die dunkelblaue Linie. Da sieht man sehr deutlich, dass die Gewinne auf einem deutlich höheren Niveau und deutlich früher gedreht haben als in der Finanzkrise und dass wir mittlerweile das Vorkrisenniveau schon überschritten haben. Also mit Blick auf die Gewinnentwicklung ist die Trendwende ohne Frage gelungen. Ja, aus Sicht des Credit Investors ist natürlich immer spannend, was machen die Unternehmen mit diesen steigenden Gewinnen. Und hier haben wir eine weitere positive Botschaft auf der Seite 23, denn die Unternehmen haben diesen Gewinnanstieg unter anderem dafür genutzt, die Rekordverschuldung, die im Rahmen der Krise entstanden war, wieder deutlich abzubauen. Das gilt sowohl für die Bruttoverschuldung, hier in dunkelblau dargestellt, als auch vor allem für die Nettoverschuldung. Das sind die grünen Balken, die Sie hier sehen. Bei der Nettoverschuldung haben wir im abgelaufenen Quartal jetzt das sechste Quartal in Folge gesehen, in dem es gelang, die Nettoverschuldung gegenüber dem Vorjahresquartal zu senken. Also insgesamt ein sehr, sehr positiver Trend, den wir hier sehen, wie wir es auch an anderer Stelle und wie wir auch schon häufig betont haben in anderen Veranstaltungen, Ausfallraten sind wieder deutlich runtergekommen und liegen mittlerweile schon wieder unter dem langjährigen Durchschnitt. Ja, große Frage bei den Credits, wie geht es weiter mit den Spreads? Wie viel von dieser positiven Entwicklung ist denn auf dem aktuell niedrigen Spreadniveau schon eingepreist? Sie sehen auf der Seite 24 dargestellt die Spreadentwicklung in dunkelblau jeweils in den beiden Grafiken. Und zusätzlich haben wir hier abgetragen zwei Frühindikatoren. Links das IFO-Geschäftsklima und rechts das Economic Sentiment für die Eurozone. Beide Frühindikatoren jeweils auf einer inversen Skala rechts dargestellt. Also fallende Linie steht hier für steigende Frühindikatoren und umgekehrt. Und ja, wie man hier sehr schön sieht, es gibt einen sehr engen Zusammenhang zwischen Frühindikatoren und Spreadentwicklung. Das macht ja auch ökonomisch Sinn. Je besser die Perspektiven, desto niedriger der Risikoaufschlag. Wenn wir jetzt aber hier mal die linke und die rechte Grafik vergleichen, dann fällt hier ein deutlicher Unterschied auf. Wenn wir das Ganze durch die deutsche Brille sehen und hier auf das IFO-Geschäftsklima schauen, das die vergangenen Monate ja deutlich runtergekommen ist, also in dem Fall hier eine steigende Linie, dann würde das tendenziell eher für höhere Spreads in den kommenden Monaten sprechen. Aber für unsere Begriffe greift dieser Blick durch die deutsche Brille hier zu kurz. Deutschland ist nun mal ein Land, das aktuell sehr stark von der Lieferkettenproblematik getroffen wird, als sehr exportorientiertes Land. In der rechten Grafik sieht das Bild ganz anders aus mit Blick auf das Economic Sentiment für die gesamte Eurozone, nach wie vor auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und wenn wir darauf schauen, dann hätten wir sogar eher ein Potenzial für noch eine leichte Spread-Einengung. Also unser Bild ist im Moment, dass wir im kommenden Jahr vielleicht in Richtung der All-Time-Lows bei den Spreads des Jahres 2018 laufen könnten. Ja, was bedeutet das Ganze dann in Summe für die Performance-Erwartungen im kommenden Jahr? Wir haben es auf der Seite 25 zusammengefasst für drei Fixed-Income-Klassen. Links für die Buns, in der Mitte für die Investment-Grade Corporates und rechts für die High Yields. Die entscheidende Zahl finden Sie hier jeweils an dem hellblauen Strich. Das ist der erwartete Total Return für die kommenden zwölf Monate. Die dahinterliegenden Balken erklären, wie wir zu dieser Total Return-Prognose kommen, anhand der einzelnen Performance-Komponenten, also aktuelle Rendite, erwartete Renditeveränderungen mit einem entsprechenden Performance-Beitrag. Ausfälle müssen im High Yield-Bereich natürlich abgezogen werden. Und wenn wir diese einzelnen Balken dann aufaddieren, landen wir eben bei diesen hellblauen Strichen und beim gesamten Total Return für die kommenden zwölf Monate. Und ja, wenn Sie sich das anschauen, dann kommen wir wieder raus bei unserer Überschrift, die wir gewählt haben, No Risk No Fun. Wir gehen auch für die kommenden zwölf Monate davon aus, dass es ohne ein gewisses Maß an Risiko kaum möglich sein wird, einen positiven Total Return im Fixed-Income-Bereich zu erzielen. Performance-Aussichten sind insgesamt sehr, sehr bescheiden. Bei den Bunds erwarten wir, wie auch in diesem Jahr, wieder einen negativen Total Return in den kommenden zwölf Monaten. Besser sieht es im Investment-Grade-Bereich aus. Da haben wir einfach eine höhere Ausgangsrendite, deswegen einen besseren Puffer. Letztendlich sollte es aber auch dort nur zu einer schwarzen Null beim Total Return reichen. Und ja, wenn man dann signifikant positiv rauskommen möchte bei der Performance, muss man wahrscheinlich in Richtung High Yields, in Richtung Hybride gehen im High Yield-Bereich. Sie sehen es hier, erwarten wir immerhin dann noch knapp drei Prozent Performance. Alles in allem sehr bescheidene Performance-Aussichten, aber das haben wir schon vor einem halben Jahr so formuliert, und Credits bleiben für uns im Fixed-Income-Bereich das kleinere Übel. Ja, soviel zu unserem Credit Outlook 2022 in aller gebotenen Kürze und soviel auch zu unserem heutigen Kapitalmarkt-Kompass-Update. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Veranstaltung angelangt. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihr Interesse und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiederhören! Auf Wiederhören!